Moin YouTube, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar zur ersten Karrierefolge in FIFA 23. Und zwar habe ich mich lange schwer getan, welchen Verein wir nehmen können und ich habe mich schlussendlich für den FC Bayern München entschieden, für meine Mannschaft. Das heißt nicht, dass wir keine zweite Karriere starten werden oder eine weitere Karriere starten werden, wenn diese zu Ende ist. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal fleißig Teams für eine zweite Karriere unten in die Kommentare schreiben. Sehr gerne eine schlechte Mannschaft, entweder aus der zweiten oder dritten Liga in Deutschland. Genau, und falls ihr es feiert, den Karrieremodus hier auf meinem Kanal, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreibt für den Algorithmus sehr, sehr gerne einen Kommentar und schreibt auch gerne Transfervorschläge unten in die Kommentare und schreibt auch gerne rein, wen wir alles verkaufen sollen. Wer neu jetzt auf diesen Kanal dazugekommen ist, kann sehr, sehr gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, würde mich sehr, sehr unterstützen und freuen. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein und abfahrt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. FC Bayern München freut sich mit Timsko auf die Zukunft. Hier sehen wir nochmal unseren Manager. Sehr, sehr nice. Als erstes gehen wir in die Teamzentrale Spielerinformationen. Okay, Entwicklungsbräne, ja, das wissen wir alle schon. So, ich würde sagen, wir sortieren erstmal den Kader aus. Falls ihr mit irgendeiner Situation oder Entscheidung nicht zufrieden seid, schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Dann können wir das Ganze natürlich regeln. So, wir haben einmal Manuel Neuer, der wird natürlich im Team bleiben. Ich würde sagen, noch mindestens eine Saison. Dann haben wir Sven Unreich, der nehmen wir auf jeden Fall als Ersatzkeeper, der auch der Vertrag in zwölf Monaten ausläuft. Dann haben wir Johannes Schenk, den würde ich erstmal verleihen und den eventuell noch eine Chance geben. Ich weiß ja nicht, ob der noch viel besser wird. Wir gucken einfach mal. Dann haben wir Alexander Nübel von Monaco, beziehungsweise ausgeliehen an Monaco. Ich weiß nicht, ob der noch eine Zukunft haben wird, weil er ist auch schon 25. Da werden wir noch sehen müssen. Klar, Alphonso Davies bleibt auf jeden Fall. Kann auch LM spielen. Dann haben wir da ja Upamecano, der bleibt auf jeden Fall auch. Mathis Delicq bleibt auf jeden Fall auch. Dann haben wir Lukas Hernandez, der natürlich auch im Team bleibt. Dann RMB zu Hannover. Berlin. Dann haben wir Lawrence, den werden wir dann verkaufen, wenn er zurückkommt. Dann haben wir Benjamin Pavard. Und da weiß ich nicht, Freunde. Verkaufen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde ihn jetzt auch erstmal auf die Transferliste setzen. Er ist nämlich auch in der Rolle von Rotation. Dann haben wir Mazraoui. Den werde ich Stamm spielen lassen. Er ist auch erst 24. Eine 82. Natürlich gibt es da bessere Leute. Aber ich will ihn erstmal so weitestgehend testen. So, dann haben wir Yusuf Stanijic, den wir als Backup benutzen können für Mazraoui. Dann haben wir Bonasar und er ist 30, hat einen 73. Den werden wir auch auf die Transferliste machen. Dann haben wir Joshua Kimmich, der natürlich als Käpt'n bleibt. Den werden wir auch gleich noch als Käpt'n einstellen. Dann haben wir Kingsley Coman, der natürlich auch bleiben wird. Leroy Sané wird auch erstmal bleiben. Da gibt es ja eine heiße Diskussion. Aber ich will ihn erstmal stehen lassen. Einer der besten Card bei Bayern in real life. Ich würde sagen, schreibt eure Meinung zu Leroy Sané in die Kommentare. Dann haben wir Sadio Mané, den wir natürlich als Stürmer erstmal verwenden werden. Leon Goretzka, der auch bleiben wird. Jamal Musiala auch natürlich, selbstverständlich. Dann haben wir Marcel Sabitzer. Da könnt ihr reinschreiben, verkaufen oder behalten. Dazu haben wir noch die Neuverpflichtung Ryan Gravenberg im Alter von 20 Jahren. So, und hier bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich bin dafür, dass wir Thomas Müller verkaufen sollten und auf Musiala setzen sollten, beziehungsweise ein Ersatz-ZOM kaufen sollten. Ich bin zwiegespalten. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Dann haben wir natürlich noch auf dem rechten Flügel, Serge Gnabry, Eric Maxim, Schuppermut, Ting als Backup-Stürmer und Mathis Tell, den wir langsam ranführen werden an die Mannschaft. So, im Umkehrschluss heißt das Ganze, dass wir jetzt einen Stürmer brauchen noch. Auf jeden Fall einen richtigen Stürmer, einen Neuner. Und da werden wir uns jetzt einfach mal hier am Transferfenster, am Transferzentrale umgucken. So, wir kommen jetzt zu den Spielern, die ich nach langer Zeit, nach langer Suche ausgesucht habe. Vorab ist gesagt, ich will es natürlich so realistisch am Anfang wie möglich halten. Deswegen habe ich auch Spieler dazu gemacht, die in Real Life in Verbindung mit Bayern in Frage kamen. Einmal Sasa Kalaicic. Kalaicic ist natürlich jetzt neulich gewechselt. Also, der fällt erstmal für diese Saison weg. Dann haben wir natürlich den Cristiano Ronaldo. Den muss man einfach drauf machen, weil der natürlich auch oft in Verbindung mit Bayern Kontakt hergestellt wurde. So, jetzt haben wir gerade das heißeste Thema, und zwar Harry Kane von Tottenham. Ist auch sehr, sehr teuer, wie wir hier sehen. Der Verkaufspreis liegt bei 149 Millionen, aber vielleicht hast du auch mit einem Angewohnen von ca. 190 Millionen eine Chance. Also, der ist schon ziemlich, ziemlich teuer und würde somit fast das ganze Transferbudget bedecken. Dann haben wir jetzt natürlich noch eine neue Sache, und zwar Yusufa Mokoko, auch jetzt in Verbindung gebracht mit Bayern München. Ist natürlich jetzt von der Gesamtstärke scheiße. Den würde ich erst, wenn er überhaupt eine Frage käme, in den ersten 1, 2, 3 Jahren holen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier noch einen heißen Kandidaten, und zwar Markus Thüram. Wird zwar jetzt nicht in Verbindung mit Bayern gebracht, aber würde tendenziell sehr, sehr gut in die Bayern-Mannschaft passen. Deswegen würde ich sagen, schreibt mir rein. Vielleicht habt ihr auch noch andere Stürmer, die wir nehmen können. Schreibt mir gerne Stürmer rein, unten in die Kommentare, und schreibt mir gerne noch rein, ob wir den Flügel vielleicht noch verbessern sollten, ob wir vielleicht noch die IV noch ein Backup holen sollten, ob wir ein ZM Backup holen sollten. Das alles gerne unten in die Kommentare. Quasi lebt dieses ganze Projekt von euch. So, gehen wir erstmal in den Posteingang. Da waren wir irgendwie noch gar nicht. Hier haben wir den Jugendakademy-Bericht. Gehen wir mal rein, gucken mal, was hier so abgeht. Und hier haben wir direkt schon ein Dribbler am Stall, und zwar Alexander Maier, 68 Gesamtrating mit 16 Jahren, Spezialbewegung 5, schwacher Fuß 5, ein Potenzial von 4,90. Was ist das für ein Typ? Oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Den müssen wir eigentlich zum Profi befördern, oder? Das machen wir jetzt auch direkt. Den befördern wir zum Profi. Aber ganz, aber ganz safe. So, was hat der Scout-Bericht uns hier vorgeschlagen? Okay. Ja, Ansgar Knauf. Hier. Wannen wenn. Wannen wenn. Okay, jetzt nicht so krasse Spieler. Hallo, boah. Zum Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei MFC Bayern München begrüßen. Boah, ich freue mich auf die Zukunft. Genau, die Ziele sind noch ziemlich wichtig. Verpflichtet mindestens 3 Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Verpflichtet 2 Spieler in der Jugendakademie, Verteidiger, erziele ein Profit von mindestens 5 Millionen am Ende des ersten Transferpfänders. Okay, das ist ziemlich viel und krass auf jeden Fall. Erreiche eine Serie von 5 Spielen ohne Gegentor in Liga Heimspielen. Okay, ersetze 3 Spieler deiner Mannschaft. Erfolge natürlich, dass Tribble holen, Pokalsieg, Ligameister werden und Champions League holen ist natürlich auch ganz, ganz klar. So, wir spielen auch ein Einladungsturnier beziehungsweise Vorbereitungsturnier mit Everton, Real Sociedad, Atletico Bilbao. Da gibt es glaube ich sogar noch mehr, oder? Genau, Juventus Turin, Newcastle United und Tottenham Hotspur. Das ist jetzt in diesem FIFA anders da, das Vorbereitungsturnier. Vorher war das ja irgendwie nur mit 4 in einer Gruppe, aber dann gab es 2 irgendwie und jetzt ist alles in einer Gruppe und es gibt kein Halbfinale und Finale mehr und so weiter und so fort, glaube ich. Deswegen, Missgebens einfach mal weiter und gucken, was passiert. Und da haben wir das erste Transferangebot für Leroy Sané und zwar von Inter Mailand. Ich würde sagen, das sehen wir aber ganz gekonnt ab. Und jetzt meldet sich auch Alexander Meyer. Davon habe ich geträumt. Danke, dass ich bei den Profis ran durfte. Ich möchte unbedingt allen zeigen, was ich für dieses Team leisten kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist ein krankes Supertalent. Du bist der nächste Power Ranger. Junge, du hast mich einfach beeindruckt. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe hier ein gut aufgehoben gefühlt. Nur schwer ins Herzen. Okay. Dann, ich kann dir keine Spielzeitgarantie geben. Aber er ist trotzdem zufrieden. Okay, dann vielleicht bald bin ich auch, Brunasa. Okay, jetzt gibt es hier den sogenannten Trainingstag. Da ist schon alles vorgefertigt. Dann würde ich sagen, machen wir das. Zeig mal. Ich glaube, wir müssen das auch spielen. Weil jetzt ist alles auf F. Das heißt, wir müssen das spielen. Dass wir auf A kommen. Dass wir immer gute Trainingseinheiten haben. Damit die Spieler hochgehen, oder? Stimmt das soweit? Habe ich das so richtig gesagt? Und hier haben wir ein Transferangebot für Brunasa von PSV. Und ich würde sagen, das nehmen wir an. Aber ich weiß noch nicht, ob der da hinwechselt. Es kann natürlich sein, dass der das nicht will und dann bei uns bleibt. Und hier wurde die Freigabesumme von Benjamin Pavard gezogen für 34,5 Millionen an Borussia Dortmund. Also Benjamin Pavard geht zu Borussia Dortmund. Hier haben wir auch noch ein Leihangebot. Was irgendwie schon automatisch abgelehnt wurde. Keine Ahnung, was da gewesen ist. So, zum Abschluss würde ich gerne nochmal das neue Feature testen. Und zwar dieses Highlight-Ding. Das ist jetzt neu in FIFA. hier Höhepunkte spielen. Aber wir spielen nur Angriff. Das heißt, wir müssen erst mal uns um das Team kümmern. So, ich habe jetzt das Ganze erst mal so gemacht. Meier auf der Bank. Den geben wir mal eine Chance. Tell Gravenberg. Dann haben wir hier Davis, Delikt, Upamekamu, Masraoui, Koman, Kimmich, Sabit, Zazané, Musiala und Mané. Ich würde sagen, wir gehen erst mal so rein. Ihr könnt das ja sehen. Und dann sehen wir uns beim ersten Highlight wieder. So, dann sind wir hier im Einladungsturnier angekommen. Bayern München gegen BTC. Wir gehen direkt zur ersten Situation, zur ersten Chance. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich das mache hier. Elfte Minute Konter durch Bayern. Also, wir tragen hier einen Konter aus. Ich glaube, sobald wir den Ball verlieren, ist auf jeden Fall Ende im Gelände. Aber, Kimmich, steckt den Ball gut durch auf Sadio Mané. Was macht der Sadio Mané? Okay, er verschießt komplett und zack, komplett rein. Oh, Elfmeter. Elfmeter für Bayern München. Den kann ich, glaube ich, relativ souverän machen. Wer ist der beste Elfballschütze? Ich glaube Mané, oder? Ja, so wie es aussieht Mané. Dann machen wir den jetzt auch. Unten links und der wird gehalten. So, wir haben einen Freistoß durch Marcel Sabitzer, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer Sabitzer auf Außen, auf Leroy, Sané Coman, Mané Coman, Coman nochmal und Kimmich. Freistoß für Bayern. Ich habe da mal so ein kleines Video gesehen, wie man das machen soll. Und zwar genau so. Gucken wir mal, ob da reingeht. Ne, okay, war ein guter Versuch. So, 0 zu 0, 86. Minute, der Konter läuft durch. Sadio Mané, Sadio Mané, Sadio. Mané, was macht er raus? Müller. Müller. Oh mein Gott. Und das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei und geht 0 zu 0 aus. Okay. Aber interessantes Feature, auch irgendwie ein geiles Feature, falls man mal nicht so Bock hat, ein gesamtes Spiel zu spielen, dann macht man einfach das geiles Feature, muss ich sagen. GG. Aber dieser Counter ist vielleicht ein bisschen überflüssig. Aber sonst? Ziemlich nice, aber mich ärgerst natürlich, dass wir 0-0 gegen Sevilla gespielt haben. Natürlich ganz klar. Aber natürlich auch, muss ich erstmal auch auf das Gameplay klarkommen. So, ihr habt natürlich gemerkt, beim Gameplay, es hat auf jeden Fall das ein oder andere Mal geruckelt. Das heißt, ich schildere euch jetzt mal ganz kurz das Problem, woran das hängt und ich habe noch kein Alternativ-Ding, wo ich jetzt irgendwas mit aufnehmen könnte. Und zwar wird FIFA nicht als Game erkannt bei OBS. Das heißt, ich muss Bildschirmaufnahmen machen. Das heißt, das zieht noch mehr Leistung als eine Spielaufnahme. Das heißt, es kommt zurück an. Ähm, ja, falls ihr da irgendwie, ich, ich suche nach, äh, ich suche nach Alternativen und so weiter und so fort, ist jetzt gerade nicht so einfach. So, damit würde ich sagen, was ist mit dieser ersten Folge? Ähm, schreibt gerne eure Transfers rein, Stürmer, LF, RF, ZM, IV. Äh, was würdet ihr machen an meiner Stelle? Wen würdet ihr verkaufen? Wen würdet ihr kaufen? Und so weiter und so fort. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und, äh, lasst ein Like da. Ähm, bei den Likes sehe ich auch, wie es euch dann gefallen hat an den Likes. Deswegen, ja, haut rein, euer Timsko. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.